so leute einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zum nächsten infinity kraft video ja leute ich bin hier auf dem server und die spam gerade schon wieder zu leute nicht zu sparen danke ich habe die auch einer party leute aber ich wollte heute mal ein paar highlights von den server zeigen ich werde katz rein machen leute im k3 machen und wir sehen uns auf jeden fall gleich bei den highlights und wir fangen bei nummero 5 gleich an bis gleich so leute herzlich willkommen in meinem video habe ich gerade eben schon gesagt na leute wie gesagt ich will highlight zeigen und ich habe gesagt wir fangen bei nummero 5 an und nummero 5 haben wir schon im hintergrund ihr sieht das plot auch schon das ist von hsv eric sein plot also ich finde das relativ ein schönes sehr geiles highlight weil ihr hier auch in seinen clan beitreten könnt und ja wie gesagt leute mir gefällt dieses plot einfach nur so wenn ihr mal hier auf dem server seit oder wie gesagt geht hier unten in die karte ihr sieht das unten wo ich mich bewegt da könnt ihr gerne mal ja hingehen euch das angucken und ja alles guckt einfach leute wie gesagt das ist nummero 5 von mir da ich finde es extrem geil das plot wir gehen darüber leute zu nummero 4 wie gesagt wir werden nur einen kurzen blick über schneiden wir sehen uns gleich wieder bei nummero 4 bis gleich so leute zu nummero 4 da habe ich für euch die fortnite map wie gesagt für mein city build als pvp arena da können wir uns gerne immer bekriegen machen auch einige spieler schon also die map hinter mir hat schon einige kämpfe hinter sich und meiner meinung nach ist das der vierte highlight auf mein server leute wie gesagt dass ich finde das sehr relativ geil allein würfel an andenken man erkennt das auch da hinten ist hier verteilt es glaube ich war das mit ruiden einschlag dann haben wir hier das schiff die rakete ist dabei ja dass die depot wo es verstört worden ist also ein blödsinn leute ihr kennt das aber wie gesagt leute das ist nummero 4 von mir wir gehen jetzt rüber zum nummero so leute wieder zurück das ist nummero 3 von mir das ist eine farmwelt die habt ihr noch nicht von innen gesehen oder wart noch nicht irgendwie da in der gegend wie gesagt leute hinter der mauer sind so viele sachen die entstehen können wie auch immer das ist für mich nummero 3 wie gesagt wir haben hier borg dies aber noch nicht fertig leute wer noch mehrere monate vergeben bis dann die fertig ist eben halt eine schöne borg um drauf und unten ist ein höhensystem da können wir auch mal kurz rein gehen alleine hinten sieht ja auch noch was dass da so ein hammer entsteht mit der an der hand mit einem hammer und ihr sieht das auch noch dieses welt über mehrere monate hin hinweg ziehen weil leute guckt euch das mal an ihr habt hier ein komplettes höhensystem ich bin jetzt nur vorne an also nur vorne an wir werden jetzt hier mal kurz raus gehen und leute ihr seht das da unten unter diesem bett walk ist überall höhle ist ein komplettes höhensystem ihr sieht wie groß die fläche ist also ihr seht das wie hoch die ist also übel zu hoch ja leute ich sehe schon im hintergrund meine welt hat sich aufgehangen ja ich werde jetzt hier wieder ein cut machen wir sehen uns gleich bei nummero 2 wieder ja leute herzlich willkommen nein spaß leute spaß 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 wir sind bei nummero 2 leute nummero 2 natürlich war kleiner scherz ich wollte mal wieder das video von vorne anfangen finde ich meiner meinung nach sind diese karten leute einige karten davon sind noch nicht fertig es sind noch viele im bau weil ihr seht hier relativ viele gegenstands rahmen die werden alle voll sein mit diesen karten hier wie gesagt ich kann mal einen in die hand nehmen dann seht ihr das sind relativ normale karten und das ist die standard karte brauchen wir nicht creeper karte guck mal was ja alles für karten haben das ist von theos clan denn habe ich die noch im bau aktuell davon leute diese karte geht über zwei karten davon suche ich die andere gerade ich weiß nicht wer die abgebaut hat ich hatte auch irgendwo noch eine abgespeichert aber ich suche die eben halt und youtube hier nochmal element x youtube man leute was ja alles machen können auf dem server wie gesagt das ist meine nummero 2 und wir sehen uns jetzt gleich bei der nummero 1 so nummero 1 leute wir sind bei nummero 1 angekommen du 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 das ist meiner meinung nach finde ich auf den server mit findet ihr kraft wisst ihr bescheid die playstation 1 farmwelt leute das hat man ja auch noch nicht so oft gesehen und da kommen noch wie gesagt viele highlights hinzu kriegt ja auch nicht viel mit zum beispiel jetzt hier hinten weiter weg fliegt und ab dieser mauer im halt weiter weg fliegt da dürft ihr ja nicht hin ihr dürft nur in die farmwelten wie gesagt da sind noch so viele sachen die ihr noch gar nicht gesehen habt und ja das ist wie gesagt leute meine nummero 1 wir können einmal kurz rein fliegen und euch das mal genauer angucken weil hier vorne ist der eingang und dann müsst ihr durchs controller kabel durch und habt ihr hier drin alles aufgebaut wie gesagt ist zum teil leer glaube ich dann muss ich auch mal wieder rein aber hier ist überall da hinten sind noch gänge da hinten sind auch noch mal farmwelten dann ist da auch ein labyrinth mit drinne dann wird hier noch weiter gebaut weil hier wird ein jump in one gebaut dann geht es ja wie gesagt hier hoch da oben sind farmwelten hier ist eine farmwelt mit kisten die kisten werden regelmäßig aufgefüllt die sind jetzt relativ wieder leer ja moin die könnt ihr auch leer machen natürlich und da kommen viele sachen leute das war meine nummer eins ich bedanke mich fürs zuschauen und wir sehen uns auf jeden fall im nächsten video oder live stream tschüssikowski